ein herzliches willkommen zu let's play hertha richtig und nach der guten lesung im letzten spiel genau mit den 2 0 wollen wir jetzt anknüpfen auf jeden fall heute spielen wir gegen den letzten greuther fürth da ist ein siebpflicht aber wir dürfen die nicht unterschätzen können auf jeden fall nicht und los geht's wahr jungs und mädels und ja alle anderen papis mummies so da sind wir auch schon im stadion es regelt leicht aber für uns scheint trotzdem die sonne und pumoke pfeift oft gibt es die spiele die bastelona ja es war so viel oder so alles gut ich habe damit gerechnet weil ich habe ja auch nichts gedrückt warte nicht warte warte baumwolle 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 spielt nicht den gibt es nicht mehr bei uns ja da kommen sie nicht durch und jetzt der konnte schade wäre der durchgekommen ja der wäre sonst wo ja genau ich habe ich doch gefreut naja gut dann nicht dann nehme ich jetzt hier mal ein bisschen fahrt auf auch eke schade egal läuft hier brooks latte latte oh wo renne ich denn da hin ins tor erstmal ach schade ah nein mist krass elbugs ja wuchs der ist auch richtig kopfball stark hast gehört ja das pfeifen wenn du spielst mit thriller pfeifen ist den zuschauern strengstens untersagt echt ja ja ach mist ich stehe doch mal auf da oben abseits abseits wie spät der im spät immer pfeifen manchmal ja man es regt mich auch immer voll auf ok sehr schön sehr schön sehr schön ich gehe in die mitte alter zu viele ja ja ist ok drei stück oder so habe ich jetzt auf wo sie macht was macht schieber da er macht erstmal eine pirouette da oder was wir sind hier nicht bei dem ballett engel nicht dass wir beide wieder rangehen alles gut alter oh nein ganz ruhig weiter weiter der behrens soll mal schneller aufstehen ein paar oh paar Kellogs essen damit er wieder äh bisschen fitter ist Schienzrichter hallo alter jetzt ich habe nach oben gedrückt aber bis er den Ball angenommen hat war es schon zu spät hallo oh nein der war doch schon immer aus na gut dann nicht und du kannst auch ruhig mal mitlaufen Torwart sehr gut ich überwinkt schon wuchs was machst du denn? pass auf ecker sehr gut ich würde eigentlich flanken alles ok kann aber nicht viel wuchsen ist nach vorne oder ne doch doch einer ist steht ja immer hinten es ist mittelfeld hinten in der Abwehr brauchen wir aber auch man immer wenn ich passen will oh ich habe doch gedrückt bis die manchmal reagieren sehr gut sehr schön sehr schön jetzt muss er sich nur noch durchsetzen oh nein 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 egal ja aber bis der reagiert manchmal ey wirklich schöner pass boah Hazard Schie ey Schiedsrichter naja Halbzeit mal wieder 0 aber unsere Halbzeit ist die zweite genau wir spielen wieder gar nicht so schlecht bisschen energischer noch weniger zulassen hinten obwohl ja wirklich was zugelassen haben wir auch nicht ne ok ich würde mal gerne was machen oder ja doch wo ist er denn hier bringen wir Ben Hatira für rechts er hat sich ja ein bisschen beschwert dass er nicht so oft spielt und ich denke mal jetzt kann er mal zeigen warum er zurecht meckert das war zu kurz ich wollte eigentlich auf Majuka sehr schöner Doppelpass ja bleib stehen ok ok sehr guter Zweikampf sehr schön oh die stehen aber auch alle zusammen aber Hazard schafft es schon mal Majuka nein ja 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 nein das gibt's doch nicht ich hab den schon dringesehen ich hab den schon dringesehen ey egal weiter sehr gut schöner Zweckampf ah Mist ich geh hin unser ist er schon oh schade ey ach man er interessiert mich der war eigentlich so schön gemacht ey oh nein den hab ich nicht gesehen schade ich gehe es bleibt schade ne nicht nie ne n n Mann, nein. Nein. Egal, egal. Hauptsache erstmal raus damit. Mal kurz durchpusten hier und dann geht's weiter. Oh, er macht einen Homepass. Hätte ich nicht gedacht, dass er das kann. Das gibt's einen fette Rotor, glaub ich. Ne, keine Rotor. Ein Glück, ey. ASV war schon Grenze. Warum standen wir da wieder ganz alleine? Computer? Sehr gut. Lass mich durch. Okay, kriegen wir nicht. Ah, wir sind ganz schön angespannt gerade, wa? Ja. Ja. Man merkt das. Außen. Mitte, Mitte. Geh nach unten. Unten. Oder so. Mann ey. Hätt's nur mal nach unten gehen können und dann reinziehen können. Ach, Menno. Da komm. Mann ey. Florian Trinks kommt rein. Äh, ja. Was trinkt er denn heute? Da kam der noch ran, die Sau. Ne, geh wieder in die Mitte. Oder so. Ey, es kann doch nicht sein, dass er den abfängt da. Doch. Ja, ich glaub auch. Was. Was. Ääh. Nein. Mann ey. Nein. so jetzt aber bitte ich passe zurück das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht angehen das war der erste richtig schöne Angriff im ganzen Spiel ganz ehrlich ok weiter ja sehr gut nein oh sehr gut habe ich wieder geholt bitte 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 yes 90. 1-0 eigentlich auch verdient ganz ehrlich sorry dass wir so ausrasten aber wir freuen uns seit wann haben wir mal zwei spiele hintereinander gewonnen wie lange ist das denn her lange lange schön rausgespielt mit Köpfchen auf jeden Fall oder mit Köpfchen ja im Prinzip schon ganz überlegt ganz ruhig sachlich auf den Punkt gebracht so jetzt hat er auch hier wie Schieber alter wurde auch in langsam Zeit mein Herz rast gerade komm da packe ich nochmal einen aus ja oh schade war ein Pass übrigens ja ich wollte Bernhard hier auch mal was kennen Geil Sieg Alter Auswärts Sieg Auswärts Sieg Auswärts Sieg sehr schönes Ding 6 Punkte aus 2 Spielen oh da krieg ich Pipi in der Augen vor Freude so schauen wir mal auf die Tabelle noch ja ganz klar verdient eindeutig Geilomat ey und das genau auf der 90. naja man wir sind 11 wir sind ja aber komm aber ein Sieg und wir sind wieder ganz weit oben aber guck mal wir haben jetzt ein bisschen Luft nach unten auch das ist schon mal viel wichtig viel wichtiger so aber guck mal drei Punkte und wir sind dann im internationalen geschafft vielleicht guck mal die haben die haben die haben auch nur 24 alter geil geil richtig geil gefällt mir gefällt mir auch richtig gut ja und dann sagen wir einfach mal ciao bis zum nächsten Mal hoffen hat euch die Folge gefallen macht mal einen Daumen hoch bitte für die Folge muss das sein nein muss nicht aber wäre schön bis dann ciao ciao